Im April war ein Viertelzug der Baureihe 480 noch einmal bei der Waggonunion. Durchgeführt wurde ein umfangreiches Testprogramm. Dazu wurden bei der Waggonunion die Wagenkästen von den Drehgestellen gehoben und von der Fachgemeinschaft Eisenbahnwesen mit speziellen Messdatenaufnehmern ausgerüstet. Gemessen wurden die Drehmomente am Motor, am Getriebe und an den Antriebsachsen. Alle Daten werden über einen zusätzlichen Bordrechner erfasst. Für Messungen des Geräuschverhaltens hat man die Schallabsorber von den Radreifen entfernt, wie hier zu sehen ist. Die so präparierten Drehgestelle werden unter den Wagenkasten geschoben, der dann langsam abgesenkt wird. Bei mir ist gut. Bei mir ist gut. Halt, halt, halt. Per Transportbühne wird der Wagen umgesetzt. In eine Halle mit einer Arbeitsgrube, wo die Drehgestelle wieder angeschlossen werden. Wieder zu einem Viertelzug verbunden, sollen nun die wichtigsten Funktionen überprüft werden. Dazu wird der Viertelzug auf das Testgleis der Waggonunion geschleppt, das eigens für die generalüberholten Altbaufahrzeuge mit einer Stromschiene versehen wurde. Vorbei an dem Gelände der Berliner Eisenbahnfreunde geht das Prüfgleis etwa bis in Höhe des stillgelegten Bahnhofswirtenau. Schnell gelöscht wurde ein kleiner Wäschungsbrand. Der durch Funkenflug der lange nicht mehr benutzten Stromschiene verursacht wurde. Nach Abschluss der Funktionsprüfung schob die WU-Diesellok den Viertelzug zurück auf das Gelände der Waggonunion. Die Deutsche Reichsbahn schleppte den Viertelzug nach Bahnhof Schönholz, wo bereits ein Altbauzug der Baureihe 275 auf den Gleisen nach Heiligensee wartete. Insbesondere die Energierückgewinnung der Baureihe 480 – das heißt, Spannung wird wieder zurückgespeist – veranlasste die Deutsche Reichsbahn die Überführung von Schönholz nach Gesundbrunnen mit eigener Kraft zu untersagen. Die Reichsbahn befürchtete eine Störung der Stromversorgung im Bereich Bornholmer Straße, denn dort wird die S2 und die Strecke nach Bernau aus einem Unterwerk versorgt. So wurde die Baureihe 480 von einem Altbauzug geschoben. Am Bahnhof Gesundbrunnen wird dieses eigenwillige Gespann wieder getrennt und der Viertelzug auf das Kehrgleis gefahren. Kurz nachdem der schon wartende Zug nach Lichtenrade abgefertigt war, ging es weiter mit eigener Kraft, um den Nord-Süd-Tunnel das zweite Mal zu passieren. Zuckerberg wurde auch mit einer nahen, vor der Kampfer anwespringen. Nur muss einnacht und niedrigeszen. Vieri, ich bin dafür geliegend, ich bin dafür geliegend. Ich bin dafür in der Zeit.